so willkommen zu einem neuen video ich habe mir heute morgen einfach mal so gedacht heute ist ein guter tag zum enduro fahren also ich bin bisher einmal enduro gefahren war nicht so geil seitdem bin ich auch nie wieder gefahren das war vor vier jahren und die habe ich jetzt auch aus dem keller geholt weil zuletzt bin ich glaube ich im juni gefahren also ist jetzt auch schon ein halbes jahr her also ich bin auf jeden fall mal gespannt ja mal gucken was wird ja mach ja 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 kann ich sagen dass du dumm bist oder was ja pass auf ist es rutschig hätte ich jetzt nicht gemerkt Junge alter was ist denn mit dir Junge kommst du klar alter Junge was ist das denn für ne krassig ich dachte ich sterbe alter was soll denn das ich wollte doch einmal nur gerade ausfahren ich wollte doch einmal nur gerade ausfahren Junge wirklich alter Alter Mann was ist das denn für ne kacke hier alter ey da könnte ich schon wieder ausrasten hier warum müssen wir so ne kackwege hier fahren alter ey wirklich ich ich fahr hier nicht runter also ich wollte nochmal sagen ich fahr da jetzt nicht runter ja doch musst du nein doch ich sterbe ich sterbe Mann bist du dumm guck mal wie Robert schon da runter fährt ihr wusstet doch dass ich mitkomme wie soll ich hier nicht viel unterfahren ich komm nicht auf den Boden ich fall jetzt gleich hier runter kann ich dir jetzt schon sagen ich rotli jetzt schon weg wenn nicht lass das Loppet aus dann kann ich auch bremsen ey man Charlotte ey was machst du denn wirklich kannst du mal das Schreien bisschen weniger machen und mehr fahren oh mein Gott oh langsam 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 oh Gott Hilfe Junge steh doch nicht im Weg rum du hast was abbekommen? ja echt 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 er will jetzt aber nicht da runter und da wieder hoch doch das ist einfach raus geht mir ja ah Mannu ich hab falsch gelenkt weiter weiter und jetzt jetzt kannst du einlenken ja oder so Junge kriegst du es hin oder was? ey pass mal auf pass mal auf du schmeißt die Karre hier den Berg runter nicht ich mit naja heißer jawohl jawohl mehr Gas 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 was machst du denn alter bist du dumm wo 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 da kommt das Schirm durch was machst du denn alter kriegst du es geschissen oder was was ist das denn hier guck doch mal wie viel Gas denn ich geb nie im Leben so viel Gas einfach Gas geben wirklich zweiter alter was ist das hier jetzt Gas geben gib Gas 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 weiter 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 ich fahr da jetzt wo du stehst hoch ja mach du musst ja wohl bremsen können dass du im Weg stehst ja dann bremst man oh Gott alter alter Gas geben Gas geben Gas geben immer ein bisschen Gas geben Gas oh ich hab gesagt Gas geben aber auf mich wird der wieder nicht gehört ey Schnauze oh Gott ich fahr auch ich stamp jetzt hier ho ho ich habe alles ja ich kann ich kann die Ja, fahr weiter schräg hoch. Holger, Gas, 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 einfach Gas geben. Gas. Wie du willst. Aua, wie so ein Hässt so. Ja, weiter, weiter, weiter. Wirklich. Wir fahren am besten Robert hinterher. Robert hat den Baum, den fahr ich nicht hinterher. Guck mal, was soll ich da Gas geben? Passiert nix. Bist du dumm? Junge, du musst schneller sein. Kriegst du's hin? Ja, das ist genau die falsche Richtung. Sag mir bitte, du hast die Kamera an. Jo, wo hängt denn dein Moped hier? Was hast du denn hier gemacht? Ja, ist rutschig. Hier brauchst du nicht so gucken. Hier wär eigentlich schon geil, weil du kannst genug Schwung nehmen. Da hinten ist aber ein Baum. Ja, den Baum, Alter. Nehmen wir eine Kettensäge mit und singen mit dem weg, Alter. Scheiße. Wird ein Radlader hier erst mal den Baumstamm rausgezogen. Dann kann ich das nicht gut empfehlen, Johan. Schneller, schneller, schneller. Ja. Schneller, schneller, schneller. Ja. Wieder und da. Voller Weg. Alter, jetzt hätte ich das Karma kassiert. Ja. Hallo! Kann es sein, dass du dumm bist oder so? So, wir sind jetzt wieder zurück. Ja, war auf jeden Fall eine interessante Sache heute. Sagen wir es mal so. Gute Wende? Ja. Typidi Top Top. Kno decorator Name. Pas Gelterner Name. Auf jeden Fall! Anion nannach Non-nachronium 언ner